Was ist das, was man nicht von den Fingern entfernt hat? Was ist das, was man sich nicht entfernt hat? Das sind die zwei Zertifikatoren. Das sind die Zertifikatoren. Das sind die Zertifikatoren. Das sind die Zertifikatoren. Okay, ich kriege auch noch ein Portfolio. Das sind die Zertifikatoren. Das sind die Zertifikatoren. Das sind die Zertifikatoren. Oh, der hier? Ja. Ja, das ist die Zertifikatoren. Ja, das ist die Zertifikatoren. Ja. Das ist die Zertifikatoren. Ich bin ein Fan von euch. Yesterday ist der 11. Geburtstag. Und es war sehr interessant. Er hat den Album und die Beobachtung. Er hat die Zertifikatoren. Das ist die Zertifikatoren. Auf der 11. Geburtstag vielleicht ein bisschen Strucci. Ein bisschen Doppel oder ein bisschen Doppel. Das ist die Zertifikatoren. Und dann ist er Strucci. Ja, der ist die Zertifikatoren. Das ist die Zertifikatoren. Das ist die Zertifikatoren. Ja. Ich glaube, das muss er dann nie zu Hause machen. Ich glaube nicht, das ist die Zertifikatoren. Nur fragen. Fragenkostig. Jetzt klappt es nicht mehr, Hugo. Ich habe auch nicht gedacht, dass es heute klappt. Wir sehen so wenig die Fragen, aber wir gerade einen achtzeitigen Kommenzeichen. Ja, ist okay. Kein Problem. Ja, dann. Wenn es ein Nächster mehr in der Frösendee geht, dann gibt es das, was du bist. Kommt dann morgen früh und holen ihn ab. Mal ganz schnell. Ja. Und drei würde ich sagen. Eins und drei würde ich sagen. Eins und drei, was ist das denn? Eins und drei. Ja, wie ist das denn? Eins ist der Dagobert, die Zahnentwicklung von 1947 bis 1951. Ja, das Ding. Und drei ist der erste Zahnentwicklung. Ah, ich glaube das ist okay. Ja. Dann gib ihm den Glatt noch ein bisschen. Ich hätte noch ein Blatt für mich. Ein Glatt? Ein leeres. Ja, natürlich. Kannst du auch noch Geld haben? Ja. Ja. Wenn wir schon mal dabei sind. Ich muss fest beteiligen, dieser Fall. Nein. Deswegen hast du das Auto hier vor der Tür gepackt. Ja, deswegen, ja. Die 500 Meter bis zum Auto. Ja, ja. Ja, ja. Na gut. Ich dachte ja, dass es wieder viele Leute sind, da gibt es sonst öfters springen. Ja, sorry. Kein Problem. Das ist ein S. Von Rosso. Ja, das ist ein S. Das ist... Nein, das ist ein S. Das ist eine S. Ja, denn das ist ein S. Also ein S. In der Rから. So. Deberzu. Und S. Schön. Das ist nicht möglich. Das wäre sehr schön für mein Büro. Das ist das Cover. Sie haben eine Backcover und eine Realcover. Schön. Vielen Dank. Ich dränge mich dann gerade vor. Ich dränge mich dann auch noch daran. Donald mit 4 Nefoten. Nur die Hände wären genug. Aber 4 Nefoten und ein perplexer Donald. Perplexer Donald? Weil es 4 Nefoten sind. Oh, du sagst 4. Ich bin so hart. Richtig komplex. Dui, 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 in Capri, oder was der Name in Englisch. Ich habe Schleif. Ich habe Schleif. Wir haben genug Blankspunkte. Schleif. 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 Es hat angefangen zu früh. Es hat angefangen zu früh. Nein, nein, ich habe noch nicht. Die Sitzung. Die Sitzung ist nicht so früh. Wenn ich schon selber keine Kamera habe. Also dieses Jahr lohnt sich keine CD, wieso lohnt sich denn nur eine kleine E-Mail? Das war dann das Foto von Alex. Hey, du bekommst 3 Faces! Ich bekommst 4 Nephews! 4 Nephews und Donald! Dann werden wir viel besser sein. Ich bin nicht mehr so schnell. 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 Das ist die beste ich kann. Das ist eine Füße! Das ist gut. Das ist das, was du willst. Ok. Ah! Twig, Twig, und Truck. Tick, Twig, Tick, Trick, Truck. Krablui, was auch immer passiert. Das ist das, was du vorst. Was hast du dich an? Where hast du das gelesen? Es war die Geschichte an Piz-Perdue. Was ist das im Original? Es war, als sie auf der Munde waren und die Beagle-Boys waren da und es gab eine Bildung, wo die drei Eltern stehen und der vierte ist weg. Aber die Geschichte über den vierten Vater haben einen Namen? Der Name? Ich habe keine Ahnung, wo ich das geschrieben habe. Ich glaube, dass jemand eine Schade gemacht hat und einfach gesagt hat, Juhi, Duhi, Luhi und Kablui. Ich habe das Gefühl, dass einige Leute denken, dass der Chef seine Name macht. Schade, dass unser Chef keine Signiere hat. Ach so, das wärst du natürlich. Naja.